G20 verfügt zusätzlich über eine Schublade zum Verstauen herumliegender Dinge. Die Glasplatte ist magnetisch befestigt. So können Sie das Dock ganz einfach austauschen. Um unterschiedliche Apple-Geräte parallel nutzen zu können, bietet Spektral aufsteckbare Adapter. So kann Mama ihr iPhone 4 einstecken, Papa sein iPhone 5 laden, die Tochter mit ihrem iPad Mini Musik hören und das Familien-iPad passt natürlich auch.